So, meine lieben Tarot-Freunde und Freundinnen, es ist mal wieder soweit. Ein neuer Tag bestanden, es ist Wochenende und ich bin immer noch nicht zu Hause, aber das macht nichts. Ich fahr gleich los. Aber zuerst habe ich meine Tarot-Karten gezogen und diese Tarot-Karte für heute ist die Zehn der Schwerter auf dem Kopf stehen, also reversed. Und die Zehn der Schwerter auf dem Kopf steht, bedeutet, es kann nicht schlimmer werden. Es kann nicht schlimmer werden, es geht einfach nur noch aufwärts. Jetzt bin ich am Ende angelangt, ganz unten, jetzt ab hier geht es nur noch aufwärts. Ich habe die Zehn der Schwerter übrigens dann geklärt, und es kam eine Major Arcana, nämlich der Mond raus und ansonsten waren es der Page of Cups, also der Bube der Münzen und die Vier der Münzen, die Sechs der Münzen und das Ass der Schwerter. Ich habe da so interpretiert, dass das sich auf die gestrige Arbeitssituation bezogen hat oder bezieht, weswegen ich nicht heimkomme, aber auch meinen Umgang mit Geld bezüglich zu anderen Leuten. Ich lasse das mal so stehen. Na, also dann, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören, habt alle einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.